Guten Abend miteinander. Koop hat für Sie den beste Grund, täglich einzukaufen. Nämlich das gute, frische Koop-Brot. Von Bäckermeister, die Ihr Handwerk verstehen, wie der Herr Schwabe. Guten Abend, Herr Schwabe. Wie viele Bäckereien gibt es bei Koop eigentlich? Es gibt 40 Koop-Bäckereien, verteilt in der ganzen Schweiz, damit das Brot garantiert auch frisch in alle Koop-Läden kommt. Koop hat auch eine sogenannte Versuchs-Bäckerei. Was ist die Aufgabe von dieser? Vor allem zu herausfinden von neuen Brotsorten. Denn Koop möchte den Kunden ständig ein vielfältiges, abwechslungsreiches Brotsortiment bieten. Wir haben uns in einer Versuchs-Bäckerei mit der Kamera etwas herumgeschaut. Ja, da passiert gerade etwas sehr Wichtiges. Die genau abgewogenen Zutaten werden durchgeknettet, bis es einen luftigen Teig gibt. Ist das hier eine neue Brotsorte? Nein, die winzigen Versuchsbrötchen werden gemacht, um die Mehlqualität zu testen. Ja, und wie man sieht, verhalten sich die Mehlqualität beim Bachen gut, oder? Jawohl, jetzt kann das Mehl an Koop-Bäckereien ausgeliefert werden. Uns hat natürlich auch die tägliche Arbeit der Koop-Bäck interessiert. Hier zeigt sich das handwerkliche Geschick beim Formen von Spezialbrot. Das ist das beliebte Bauernbrot. Hier werden die Brote zum Bachen vorbereitet, eingeschnitten. Das gibt eine schöne Zeichnung. Und jetzt ab in den Ofen. Das ist das Einschiessen, wie wir sagen. Sie finden das Brot jeden Tag offen frisch in Ihrem Koop-Bladen. Bei Koop gibt es über 140 Brotsorten, die je nach Region auf die Wünsche der Kunden abgestimmt sind. Vom Bauernbrot über das Roggenbrot bis zum Flockenbrot. Und nicht nur das. Koop schaut, dass auch die Kunden über das Brot ganz genau Bescheid wissen. Auf den Brotbeutel von Koop mit diesem typischen Garomuster stehen wertvolle Konsumenteninformationen. Und zwar über die Zusammensetzung und den Nährwert der verschiedenen Brotsorten. Sie sehen, Koop ist eben auch Ihre Bäckerei. Und jetzt auf Wiedersehen miteinander. Bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Koop die zwei feinen Goldstarr Rahmglasse-Tourten an 500 Gramm besonders günstig. Die Schwarzwälder statt 8,50 nur 6,50 und die Waschere Vanille Mocha statt 6 nur 4,90. Die Bastetli-Füllung mit Gastronom statt 3,60 nur 2,90. Und 250 Gramm Jubilor Bohnenkaffee nur 2,90 und 500 Gramm sogar nur 5,40. 200 Gramm Kambli-Bretzeli kosten bei Koop statt 3,40 nur 2,50. 100 Gramm Aufschnitt als Sortiert sage und schreibe nur 1,50. Und für die Kinder gibt es Kniesocken in verschiedenen Farben von 2,50 bis 2,90 je nach Größe. Alle die Angebote gibt es ab morgen in allen 1'400 Koop-Läden. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!